Hi, ich bin Empty und mag Videospiele. Bevor ich 2017 meine Leidenschaft zur Trophäenjagd entdeckt hatte, habe ich viele Spiele immer nur angezockt, mir sehr, sehr viele ausgeliehen und danach direkt wieder beiseite gelegt. Aber irgendwann fand ich es zu schade, mich mit der Arbeit der Entwickler gar nicht so auseinanderzusetzen, mich auf das Spiel einzulassen, auf die Atmosphäre, auf die Feinheiten, die Story durchzuspielen. Dabei haben mir die Trophäen sehr geholfen. Und so liegen immer noch Klassiker wie Uncharted 1 The Last of Us Oder auch Infamous Halbgar gespielt in meiner Spielebibliothek drum und warten darauf, irgendwann mal von mir beendet zu werden. Do it! Und im Laufe der Jahre sind sehr, sehr viele Titel dazugekommen. Das hat mein Backlog in eine unbändige Bestie verwandelt. Doch das gilt es jetzt zu beenden. Oder besser gesagt, erst mal einzudämmen. Und nach zwei größeren Events auf trophies.de stelle ich mir nun die nächste große Aufgabe. Die A-Z Backlog Challenge. Ziel ist es, für jeden Buchstaben des Alphabets einen Titel aus meiner Spieleliste abzuarbeiten. Dabei ist es egal, um welche Playstation-Generation es sich handelt oder wie lang oder wie schwer das Spiel ist. Der Clou dabei ist simpel. Ihr bestimmt das Spiel. Also schaut euch gerne auf meinem Profil um, schreibt eure Listen in die Kommentare oder auf meinem Projekt auf trophies.de. Es werden immer zufällig drei Buchstaben gezogen. Davon müssen mindestens zwei kompliziert werden, um diese Reise fortzusetzen. Also passt auf, was ihr für Spiele wählt. Ansonsten kann das hier eine sehr, sehr lange Geschichte werden. Oder eine sehr kurze. Ein Spiel davon wird auf Twitch immer live gestreamt. Und zu jedem Spiel gibt es eine Zusammenfassung der Platin-Reise hier auf diesem Kanal. Wenn ihr also davon nichts verpassen wollt, abonniert gerne, gebt mir ein Like. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank. Ciao. Ciao.